Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Games auf meinem Kanal. Heute könnt ihr mich im URF Modus als Asien in Aktion sehen. Zudem hatte ich den guten Zero sowie Adria mit dabei. Adria hat mich zusehen auf der Top-Lane gut unterstützt als Pantheon. Pantheon ist auch ein ziemlich starker Champion im URF Modus, den werdet ihr auch demnächst noch auf meinem Kanal sehen können. Also wie ich natürlich dann Pantheon spiele. Und ich wünsche euch einfach mal im Nachhinein viel Spaß mit dem Gameplay. Bis dahin, see ya Leute. Wir gehen Top-Lane. Außerdem habt ihr zwei Hooks auf der Board, denn ihr habt Trash und Blizzcrank mit zwei Sekunden Cooldown auf den Hooks. Also weil man Ari spielt, hat man echt sein Leben schon aufgegeben. Glaub ich auch. Exorcist ist eigentlich gar nicht mal so dämlich eigentlich schon. Der Phoenix ist auch da. Hallo Phoenix. Hallo Phoenix. Warum stehe ich nicht in der Liste? Bin ich ja voll assistisch. Michael Liste. Ich hab dich gebannt. Ich hab dich gebannt. Vor allem war Bann. Schaut euch lieber Silphi an. Ich halte dich raus. Bessere Stream. Ich poste gleich einen Link. Hey, wie wurde mein Account, mein Passwort ging nicht mehr. Ich muss das jetzt resetten. Bei Twitch? Ja, weil Twitch sehr schlau ist und ist an Hacker gekommen. Ja, und dann sollte ich meine E-Mail-Adresse bestätigen. Nur an meine E-Mail-Adresse kam nie was an. Ja, das sind die richtige angegeben. Ja, ja. Da, wo ich natürlich auch die Twitch-Notifications bekomme. Und das ist meine E-Mail-Adresse. Hab Gott, wir machen hier so ein bisschen. Ich glaube, meine Cast-Zeit von der Cue ist länger als der Cooldown. Was machen wir jetzt? Ich mach ein bisschen lange. Nur die Golems, oder? Hammer, kurz. Schau mich, wie viele Texte du hast. 1,25. 1,25 Mal. Lol, dein Bonus ist genau das gleiche, wie dein aktuelles. Ja. Nee, ist nicht. Doch, 0,625? Nee, ich hab nur 50 Prozent. Warum... WTF? Ich bekomme... Hab ich echt so viel Leben? Wie viel sollen wir bekommen? 1% für 1%, nee, 1% Cooldown für 1% Detax-Bloor? Weiß ich nicht, ich liess halt durch in der Passage. Sind auch die Summoners... Jetzt steht da... Nee, das war nie so. Oh, ja, komm. Das stimmt nie. Das ist also so geändert. Jetzt hab ich nur noch 0,63% pro 1% Cooldown. Nein, das heißt, ich hab 50% gerade. Das heißt, sie haben sie abgeändert. Das ist nicht... Von Anfang an 80% entweder für Urf oder nur für hier, das weiß man nicht. Nur für hier wahrscheinlich. Na gut, 50% ist trotzdem einiges. Hä, schau mal, du kannst auch hier über Level 18 kommen. Das heißt, du kommst auch 2,5% oder so. Also Blitz-AD... Genial. Ich spiel das mal in der Solo-Q. Ich werd eh kein Damage bekommen, weil ich sie auch gut spammen kann. Eigentlich brauch ich Level 2 sogar zum Beispiel. Guck mal's an. Oh, die Hooks. Du musst hier ein Camp machen. Das bringt so viel. Schau mal. Ich hab neue Auto-Hits bekommen, die sind zur Sperre und ich bin ranged. Ich bin ranged und hab alles fairer als Auto-Hits. Die Leona ist sehr... ...eklaft. Ich flasht dann, wenn ich... Ja, jetzt ist also okay. Mit Level 2 erreicht er. Ja, ja. Ja, ja. Und die Ults dann auch so stark einfach nur, weil du die G's ganze Zeit hast immer, wenn du in Gefahr bist. Lo, die gehen nicht back, okay. Ich bin ja da. 20 Sekunden Stress-Stunate. 20 Sekunden Stress-Stunate. Okay, den hast du. Nein! Alter, das ist fällig. Überlebst du? Boah, ist abartig mit Arsch. Boah! Minion! Nein! Nein! Ich hätte überleben können. Ich hätte viel von mir gewinnen müssen. Ich bleib nicht klar, wenn du überlebst. Nein, ja, nein. Alter, ich gucke doch nicht drum klar. Was ist das? Nein. Ich gucke doch nicht. Nein. Ich gucke doch nicht. Ich glaube, ich hab ne... geile Idee. Okay. Das ist echt so. Hallo, hallo. Oh Mann, bin ich weg. Oh Mann ey. So richtig dumm. Weißt du, was lustig ist? Ich kann ne Kombo machen, Q, WE und dann wieder Stunt. Oh, ist das dumm. Der Ken. Stunt, Stunt, Stunt. Ja, Stunt, Stunt, Stunt. Gott. Ah, weil ich denk... Es sag ich, dass ich den Mist kaufe am besten. Die Frage. Wir müssen... Biss genauso dumm. Höh, Mo, ne, wo, ne? Wir meinen, der das ernst? Ja. EGAL... Der feiert sich bestimmt grad nöger Ich glaube auch Mach mal ein bisschen cover mit deiner WM Den töten wir den töten wir den töten wir Ja ist weg Oh scheiße ist ein Kartrus Ich hab Schuh, ich bin schneller Oh jetzt wollte ich mir den snacken Das ist schön, dass du den snacken wolltest Genau, danke Boah die Kuh kommt da durchgerattert Ok Mundo ist ekelhaft Das sind alle ekelhaft, alle Champions hier Das ist krass Jörg Du denkst Ich hab heute auch Olaf durch die jetzt auch ekelhaft Olaf Stopp Ok jetzt hättest du doch gerne TP Stopp Boah man Hab ich gedacht da kann ich was machen Ohne das zu sagen Natürlich dann auch beim dual lane state Das ist immer gut Jetzt kommt noch mehr weh und du bist gestern Boah ok Ja auch so Ich mein Ult bin cool dann 2 Sekunden Dann kann man mit den händen Nunu ist jetzt auch wieder ok Weil du kannst mit einer eh dann ganz viele Qs da durchmachen Ich glaub sie müssen mal weg gehen Ich glaub sie müssen mal weg gehen Ja Hast du Loons Echo schon? Auch nicht Ich bekomm keinen damage mehr von den Sharmelmanns Glück gehabt jetzt hab ich aber glaub ich Loons Echo Warte noch nicht ganz Schaale Na gut wenn du ins top lane kommst dann Ich hab's nämlich Kaputt Warte ich probier's aus Nice Typical Inhalte Das ist immer Warte ich hab' Das ist ein Weil da kannst du mit der Q dauerstück sehen Okay. Dann sei es AP. Weil mit der Kuh kommt ja irgendwie 3 Sekunden weniger, wenn du was willst. Die maunt Dragon. Oder da kommt eine mit. So, ich geh auf den Berg. Was hat der Chat bis jetzt? Gar nichts. Okay. Wir hassen dich. Wir hassen mich wirklich. Komm runter. Mit der Ul. Schöne Leonard auf jeden Fall, kann man sagen. Muss man aber nicht. Ah, du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Ja, das sind die Rotations. Ehrlich? Was ist denn das gewesen gerade? Oh, da kommt was. Was hat die mich bedunkelt gerade? Ich will die AP oder wie? Der Blitzkrank. ARD spielt die. Ich glaub's nicht. Noll, die ARD kauft es Morellonomikon. Ich kaufe mir eigentlich die Tanken, das reicht nicht. For real. Was war das denn gerade? Hab ich auf den Rest des Kiel? Ja, es gibt Kudo und das ist Marnachet. Alles was du nicht loll. Start slash. Kudo und das ist Marnachet. Das was du nicht brauchst. Das was du nicht brauchst. Die Zeit bis Steps, die nicht kocht. Ja. Du hast es raus. Und damit kannst du es anders stellen. Die Besten. Die Besten. Leute, ja, Martin. Wie traf schon. Fettmann portet auf Türme. Oder putzen. Ah, schon, bitte. Völlig schön. Oh, mitten in das Kart. Da kann man nicht irgendwann hinfahren. Wow. Soll ich Kudo oder Redaktion nachmachen? Let's move. Wir haben einen A4. Achso, helfe, helfe, helfe. Wow. Überlebt das. Richter ist. Wow. Wow. Wo? What? What? What denn? Ich glaube, ich kaufe ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich brauche ein bisschen Resistenz. Resistenz. Gehen wir. Komm, komm, komm. Ich bin gleich da. Na, halt, ist mir egal. Ob wir auch her los, wegen Mundo. Die ist einfach nur fett. Ich weiß, wegen Mundo, aber das bringt es einfach nicht, weil da Mundo. Mundo burstet man so schnell in diesem Modus. Auch wenn man keinen Mundo los hat. Oh, scheiße. Ich bin raus. Fuck. So. Wollen wir gleich Baron dann? Mit meinen Soldaten. Ja. Mach's doch easy solo. Ach, mach doch mal. Ach, ich hab wohl nichts zu tun. Da ist das, der Gott. Wenn sich der Hook schon wieder ab... Da! Oh, da, da, da. Oh, da, da. ...Beci, Mundo, Mundo, Mundo. MORI PAMOy 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 PAMO traffic. Den hast du bekommen, ich guck mich zu mir gefunden. Okay. WIOHHHHH PAMOY 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 Wie, der fliegt, ey. Okay. Wie, der fliegt, ey. Boah, da macht ja gar keinen, der spielt der A.Dگ. Spielt der A.Dگ einfach? Kamuno? Ja, der... ...Kathos Ich weiß nicht... Spielt er? Nee, aber da hat er echt Tank-Damit gemacht Ich spiel's einfach mal ein sehr seltsames Bild Ist mir's egal Ich will ein bisschen Tankiness haben Schau, der kommt nicht weg, ey Dann flasht der Murellos kaufen, richtig gut Nari hat's richtig drauf Amnesty ist gestorben an der Krähe Ach, stirbt Ich bin mir froh dafür schon Ach, ne! Nein! Tja Ich weiß, wir sollten nicht Quartok healen Hat Guardians eigentlich auch ne verkürzte Abding-Zeit? Nein, ich weiß nicht Auf jeden Fall, wir haben schon rausgefunden ZZ-Portal, oder ZZ-Thron-Portal hat keine verkürzte Abding-Zeit Sonst hätten wir uns das alle 5 gekauft, indem wir ihre Base zu gespampt Den willst du aber, da bist halt QB Ciao Wow Na, ich will mein E haben Du blöder Leona Wo ist die? Boah ey So penetrant wie der ist Mann Mein Gott, ey So penetrant Heftig Topikadien So bist du nicht Deinem Feld So bist du nicht So bist du nicht Mann Sekte sind passiv, dass du kein Aktiv ist Und wir lieber einen Nennen USF oder so Das ist mir egal Ich will irgendwas haben, wo ich auf jeden Fall Amor habe Die sind weniger als 10 Sekunden Boah, Sonias kaufe ich mir Sonias wahrscheinlich Weniger als 10 Sekunden Sorry So, das kommt noch nicht Sonia hat auch nicht so viel Ja Passiv hat auch keine Full-HRV Weiter Ja Was? Ah, der ist noch da, der Katos Ja Anfängerfehler 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 Katos Passiv Ich hab gedacht, er wäre nicht hier Ich hab gar nichts im Fall geblickt Mach ich geil Mein Cripp ist richtig gut Schau mal, dass ich verschiedene Items sichare Richtig gut Schau mal, deine Steps dann eben richtig zu färbel Meiner Sag, wer Typ der neu mal gestorben ist Ich versuche hier grad zu carry'n Carrying dich Wir haben jetzt so ne Ari, die Morelos und kein Gloomys Exo First Item kauft Und ihre Crew nicht spammt zum Wegkommen Oh, ich muss schon fragen, was für Leute spielen wir hier Mit was für Leuten Wer bringt hier die Low-Elu-Uhr freien? Wurf Low-Elu Sterben Die kommen von Top Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme auch Also da ja, gut Ich hab schon gesagt Nice Und jetzt kommt der Nice Nice Porn Und Trip Egal Haben wir was ausgepackt? Ja, 4 für 3 Ja, schade 4 für 3 Ja gut Ich muss dann erstmal Komm, Bruce, ich hab auch Boots Ich bin auch richtig Ich bin auch richtig Ich bin auch richtig Ich bin auch richtig Nur mal, der ist wirklich nicht wirklich nicht Nur weil du nie bist, finde ich Da kommt die Ultimate, Kartus, die hat auch ungefähr 40 Sekunden immer noch, oder? 20, ne 40 Sekunden wahrscheinlich schon noch. Ja, ja 30 bis 40. Gut. Toplane geht einer hin. Ja, oh, genau, ja. Gehst du hin? Jawohl, egal. Komme. Okay, ist gut gemacht. Komm mal auf, den rennen wir unten. Oh, der kann noch nie in den Mund eins mehr treffen. Full-team-Held. Hast du ja. Oh, da kommen ein paar Leute. Meiner, da ist das Ding. Wer hat den Baron gemacht, die OZ? Ja. Haben die Baron gemacht. Ja, aber schon lange her. Ey, wer, wieso kommen wir nie dazu eigentlich? Das ist immer irgendwie vergessen. Ja, sie haben, sie haben Break gemacht. Ne. Okay. Hey, wer bespawnt? Er ist mit 20. Ja. Bei 20. Auf geht's. Reicht nicht. Ja, ich geh weg. Wo hat der mitgeforscht von der Leona, die Adi spielt? Ja, ich geh weg. Komm. Nehmen wir uns einfach das hier. Leona. Dort. Der Gott! Ja, Gott. Gut. Gut. Ähm. Leute, werden wir gewählt, oder? Ja, nicht. So in etwa. So in etwa. Der Mund ist ja nicht dicht, ich eh. Ich bin komm ich nicht mehr tot. Weil ich keine Knallt habe. Oh nice, ich komm gleich gleich. Ja, komm gleich mit Flush. Ja. Kriegst du den? Ja, die wird so sterben, wenn die da hinterher läuft. Ja, gut. Ken, komm. Ja, der macht easy alleine. Ja. Schau mal meine Heels an, ey. Komm, go. Teleport. Die Team, keine Volk hier, oder was? Abstopp. Das war's. Teleport. Teleport. Ja, gut. Ja, gut. Trash. Push Mitte. Easy. Wow, was war das? Ich hatte noch... Ha! 10 HP hatte ich. Kann T.A. immer noch? Ja. Er hat zwar T.A. zurück. Hast du noch zu? Du hast eh schon jetzt auch gehabt, also. Ja, ja, ich hab's nicht mitbekommen. Das war gut. Das war gut. Richtig gut von mir. Alter, den Katus, den gönne ich mir jetzt. Bei uns bohren erst Minute 20. Ne, Minute 15. 20 Spawndown. Echt? Seid man das? Schon immer. Ehrlich? Wer bekommt den Tower oben nicht? Uuuuuh. Dieses war aber nicht immer. Auf jeden Fall. Habe ich mir sicher. Auf 3 gegen 3 spawns erweifeln. Was war das krass? Brauchen wir Toplane. Fahrt auf mich. Ich brauche ein Last Whisper. Nein, nicht ein Last Whisper. Ich brauche mal. Ey, dann bin ich wieder alleine. Ja. Eigentlich hoffe ich. Jetzt bist du tot. Ja, die Q ist 1 gegen. Wow. Die Q ist 1 gegen. Die Q ist 1 gegen. 17.000. Also 17.000. Empfinde ich mich als knapp. Glaub ich, die Mitte. Mein Hextring hat's aber nicht ausgelöst. Warum das? Wie viele Soldaten kannst du gleichzeitig schaffen? Vier. Ah, okay. Das ist das Maximum. Oh. Der Erdbeeren. Kommen Sie. Baron. Kann man sich eigentlich auf deine Soldaten vorhaben? Alter, wie schön. Alter, sehe ich. Ich glaube, ich sehe das nicht. Der Pfeil kriegt. Wir machen den. Alter, der ist der Pfeil. Loll, der dauert sich viel. Nein. Nein. Boah, helfe. Okay. Das immer noch. Banschies. Dude. Ich hab Piping gemacht, ist aber schon, oder? Ja. Sondern einfach mal rein, vielleicht kann ich nicht mehr. Dann. Dann. Wow. Wie schnell ist der. Wie schnell ist der. Okay, hier bin ich kein Coolum. Hier kann ich eh Dauer anhaumen. Wow. Richtig nice. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, go. Also, die Aria ist full-life. Mach jetzt so'n jetzt an. Und bleib. Und skiert dadurch, wenn's einfach gelaufen wär. Ja. Ey, was für Twi-Hards. Voll noch nicht. Du hast doch eh noch tier, oder? Hier ist nicht mehr. Nur Zeit raus. Na gut, jetzt holt ich ja auch. Twi-Hard, ey, ohne Witz. Nur weil die Leute nicht spielen können. Ja, ich hab mich nur als erstes überkettet. Mich haben grad drei gechased. Teleport raus und Fiddlesticks. Hat geflasht. Alles. Heißt ja leider nix. Nur mich halbwegs zu kriegen. Solche Twi-Hards. Unglaublich. Was war das denn für'n Delated Teleport? Der hat einmal stehen. Der ist doch nicht so schlau. Ey, der kommt euch den Tartussen gegen. Der kann einbrechen, weil wir dauert alles ein bisschen länger. Oh, da. Mir macht jetzt unglaublich n' Twi-Hards. Ja, das ist das Schlimmste. Mit dem Fun-Modus müssen immer alle Twi-Hards. Das versteh' ich nie. Ich brauch' Blue. Weißt du, die meisten Leute fände ich Bromgespielen oder sowas. Silverspieler. Wirklich. Ja, voll nicht das Silber-Einstalt-Azentrum. Die warten auf solche Modusse. Also Modis. Modis. Das ist alles Skill. Ich bin Charco-Main. Ich bin Charco-Main. Ich bin Charco-Main. Ich bin Charco-Main. Ich bin nur Urf. Im Urf bin ich Charco-Main. Das ist was. So, let's trade. I'm the brave. Let's trade. Wir waren die 5. Ken teleportiert sich irgendwo hin. Ja. Ja. Top lane. Ich was bot lane noch. So, ne, ich komme. Ehrlich? Wow! Nein, ich bin auch noch Hör dich bitte So bitter Die Sau ist so krank Warte Oh Mundo, komm Das schaffte ich nicht Richtig, really Ich muss mal kurz mal schauen, bevor ich weiter spiele Ah, die spenden ziemlich viel zu wenig Ich glaub, ich denke, die ist ein normaler Game Schon da, ja Noch kurz mal schauen Silver Five, der Katus Ja, da kann man wahrscheinlich wirklich nur diesen Modus spielen Mitte, Mitte, Mitte Äh, lächerlich Nee, fährlich, wollen wir wegdornen Ich bin ja auch nicht fair Ist auch nicht fair, super Es wird pushen, ich kann sagen, niemand eins gegen eins, zwei Außer Mundo Soll ich mich mal ne Schur dann für nen Spatzball noch verkaufen Ja, ich bin schon level 20 Ja, ich bin schon level 20 Ich auch gleich Nein, ich bin 1 Es ist eher Es gibt zu Stats Ich pass mal auf Ich will mit dir split pushen Ja, wenn die flotten sind dann nicht Du bist Einer der wenigen, den ich wirklich einfach trauen kann gerade Ja, aber da müsste Da kann doch nicht ganz zu 10 wieder kommen Raus Tschüss, ich bin raus Ich bin raus Ich beende das dann mal noch Ja, ja Ah, die kommen von alle Ah, die kommen von alle Voll die auch Egal, ich hab nen Tower bekommen Wurf Wurf Und jetzt noch ein bisschen kick Oh man, das ist so retarded Naja, die werden halt Ja, das Kannst keinen Kennen Keinen Kartus im Late Game Und Mund um Late Game Meinst du nicht mehr fight Das ist das Problem, ne? Ja Und hier ist das Late Game halt bei Minute 15 Ist gebackte und ich kann den Tower 101 machen Oh, Inhab ist wieder da Ich stelle ein Wort Kommt ihr dann alle? Glaub ich nicht Wenn die Backtracks sind Nein Was will dieser Ari? Die spielt extrem fett, damit sie surrendern Dann kauft sich kein Loons Echo Das ist das Wichtige So ein Goldspieler, ey Hast du das zu mir gestalkt? Der hat nen Goldrahmen Von daher geht man davon aus, dass Gold ist Immer diese Retards Mal ehrlich Hoffentlich kann ich nicht streamen Wenn das nen Retard Boah, ihr könntet eigentlich echt Ehm Rängen gehen und nicht Backtracks Barron ist ab Ja, mach den nicht Backtracks Ja, mach den nicht Backtracks Beide nicht Backtracks Beide nicht Backtracks Scheiße Oh, RIP Die reagieren viel zu gut dafür Das ist unfair Ich kann gar nicht Backtracks Ich hab vergessen Worte Oh Mann Kann ich jetzt nicht Klinzau oder so Spiel mal den Tower richtig Problem, wir haben halt zwei Supporter Aber wie gesagt, wir haben einen richtigen Supporter Immer wohl Das geht noch Spitz halt n bisschen tanken Ich weiß, Schuhe Wer braucht heute schon Schuhe heutzutage Boah, ist die Slip-Busse Boah, ist die Slip-Busse Wow Ja Und der Max-Solo Ey, wir können da alle hinforten, ne? Lass alle hinforten Lass alle hinforten Ich bin tot Oh Oh Muss ich da mal wieder retten alles, ja 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 Geil, Halping Nicht schlecht Das kann ich nicht gesehen, dass halt ganz Klinzungen genießen Man, ich hab Halping damit nicht Genial Das hab ich immer auch auf dieser mit Ich hab das jetzt zwei Minuten und dann Jetzt wieder das ne Scheiß Map Das hab ich nur auf der anderen, in keinem anderem Spiel Ja, so was Vielleicht einfach überfordert, kann das sein Kann das sein Na, es geht wieder, schau, jetzt geht's Weiß Server Ich sag immer gute Server, weiß ich Scheiß Internet Geh mir schon, ich geh schon auf die Backpost verrufen Gutes Server, schlechtes Server Ja Ja Ich glaub ich soll dir tauschen Ich glaub ich soll dir tauschen Alter ich kann mehrere Lentons gleichzeitig schmeißen Okay Leute Oh Leute Ich bin am Hintergrund Sind die alle in der Mitte? Oder wo ist der Camp? Ja, ich geh kurz Ne, jetzt sind alle da Jetzt sind alle da, oder? Oh, da kommt schon der Geh, geh in die Rebellion Stopp die Pfort Stopp die Pfort Stopp die Pfort Einer zurück, Händler zurück Oha, diese Arse, herrlich Du kannst kein Schon wieder Wort vergessen Scheiße Und jetzt hast du auch nicht Wann zwei zurück Du bist wieder tot Du bist wieder tot I forget it Every time Was macht die eigentlich, Tja? Ah, die steht okay Ich zieh, sie war too late Ich kann sie einfach nicht weggeholfen Ich kann sie einfach nicht weggeholfen Ich kann sie einfach nicht weggeholfen Und dann wurde sie getötet Oh mein Gott Ich kann sie nicht weggeholfen Oh, blöch Das 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 sind immer diese Randoms, die komplett bescheuert sind und absolut nichts können